hallo herzlich willkommen mein name ist sebastian ich bin spieleentwickler ich mache mit euch zusammen ein android game jetzt in der 19 folge also das hier wird die 19 folge wir haben in der letzten folge ein pausenmenü angefangen und wollten dann spawnen also den truck spawnen dann habe ich aber gesagt besser wir bereiten erst mal das ganze spiel für die zukunft vor also machen uns dann erst mal noch hauptmenü game controller wir sorgen dafür dass vom hauptmenü aus die szene geladen wird wir laden eine additive szene dazu als art management scene also wo manager drin sind die immer im spiel bestehen bleiben die laden wir also zusätzlich zur normalen spiel szene also additiv und ja dann fangen wir mal an ich zeige mal ganz kurz noch wo wir stehen geblieben waren also das pausenmenü ging hier auf das ist sicherlich optisch noch ein bisschen verbesserungswürdig keine frage aber es erst mal so okay man konnte das schließen ist ein bisschen animiert jetzt käme halt hier noch ein button dazu main menü hauptmenü und das würde ich jetzt eigentlich gleich erst mal machen noch kurz und dann machen wir das hauptmenü selbst so beende das mal gehen mal in die szene rein und unser hauptmenü war ja im ressourcen oder also unter ui resources wir haben das direkt geladen also aus dem ressourcen ordner geladen mit ressourcen.load wer dann noch mal schauen möchte in der letzten folge ist ganz interessant wie das geht gut also jetzt machen wir einfach noch ein button dazu ich kopiere einfach diesen button hier das check button gut und hier oben das kann man vielleicht bei der gelegenheit noch ein bisschen schöner machen mit dem pause sieht das irgendwie noch nicht ganz so cool aus irgendwie also zunächst mal würde ich sagen der text der heißt dann main menü und hier oben das würde ich noch ein bisschen bisschen hübscher machen würde ich hier noch ein panel einbringen also ui panel und das panel auch oben ankern so vielleicht das panel nenne ich mal headline und sie die überschrift hier rein und dann suchen wir für die headline ein nettes bild aus und dann würde ich für das panel ebenfalls eine outline komponente nehmen und genauso wie die anderen vier hier den rand tasten vielleicht noch ein bisschen tiefer set line da kann das close eigentlich gleich mit rein würde ich sagen das ist zusammen in einem naja also ich würde es erstmal so lassen sieht da eigentlich gar nicht so schlecht aus vielleicht kann man das blau hier noch ein bisschen heller machen ja das von den tasten sich auch ein bisschen heller machen also in diesem jahr so kann man ja mal zu lassen gut okay also haben wir jetzt hier unser pausen menü fertig gucken wir uns noch mal kurz an wie es dann im spiel aussieht ja okay muss man sich dann mal auf dem gerät angucken erst mal würde ich so lassen gut und dann bereiten wir jetzt die ganze sache vor und da was wir ein main menü machen können also das heißt wir brauchen zunächst mal eine scene für das main jetzt ist es so das wird ja hier unser erster level ursprünglich hatte ich mal gedacht ja machen wir irgendwie so zufällig prozedurale level aber dafür würde ich jetzt erstmal abstand nehmen wir können mal später gucken ob wir das nochmal machen machen wir erstmal den normalen weg also mit mehreren level und dann wäre das dann hier mal der level 1 und dann machen wir später noch ein paar weitere das kommt dann alles noch jetzt werden wir erstmal main menu machen also das heißt create scene main menu dann machen wir uns gleich noch eine scene und das wird die management scene management scene das ist so gemeint da sind gameobjekte drin die das ganze spiel managen und diese gameobjekte sind auch im ganzen spiel zu jeder zeit immer vorhanden das heißt wir laden diese scene hier diese management scene hier additiv also zusätzlich zu der normalen spielszene das hat den vorteil eben dass sie im ganzen spiel dann immer vorhanden ist auch wenn wir die andere scene dann wechseln also die spielszene die management scene wird immer bleiben in unserem spiel das kann man auch noch machen mit über einen anderen weg mit don't destroy and load also man hat ein gameobjekt und verwendet dort die anweisung don't destroy and load dann wird dieses gameobjekt dann nicht gelöscht das geht auch aber man kann es eben auch so machen für diese management scene dass wir uns eine extra scene machen für diese ganzen management objekte und so würde ich es jetzt hier machen in dem fall gut und dann gehen wir einfach mal in die management scene mal kurz rein und bereiten uns erstmal vor dann wisst ihr auch ein bisschen besser vielleicht was ich meine also machen wir erstmal ein game manager also die kamera kann raus brauchen wir nicht beziehungsweise wäre sogar schlecht ich hätte nur zwei drin dann machen wir uns game manager als nächstes machen wir uns safe manager können wir noch ein highscore manager machen der auch immer da ist nehmen wir es mal leaderboard manager und dann machen wir uns auf jeden fall dann später noch aber nicht alles jetzt natürlich ist nur vorbereitet für später google play manager also wo wir die api von google play google play games ansprechen für cloud safe und achievements und leaderboards und so weiter also word leaderboards das kommt dann später noch und als letztes würde ich noch ein ads manager machen weil auch das wollen wir uns angucken wie das geht dass man werbung ins spiel einblendet also diese fünf game objekte werden wir dann haben in unserem spiel und die werden halt zu jedem zeitpunkt immer da sein und wir laden die als management scene jetzt gehen wir mal in das main menü rein da ist jetzt auch noch gar nichts und dann machen wir uns hier einfach mal ein canvas also game object ui canvas das canvas nennen wir main ui das kann so bleiben screen space overlay hier allerdings machen wir scale with screen size und dann die referenz hatten wir uns schon mal gemacht 2560 x 1440 das ist also 16 zu 9 handy und match würde ich hier einstellen gut jetzt würde ich sagen gehen wir mal kurz in das ui ressources zu unserem pause window und kopieren uns einfach mal dieses fenster hier komplett copy und dann geben wir in unser menu ein paste ziehen das da rein gut wie bauen wir das ganze um ich würde sagen das close ziehen wir mal raus dass es extra ist das ganze nennen wir jetzt hier main oder main window von mir aus main menu window vielleicht so close ist extra headline löschen wir raus brauchen wir nicht jetzt haben wir noch diese drei button der heißt jetzt nicht mehr wie start sondern das wird unser meinetwegen gut oder gut also für strecken dann können wir den natürlich auch gleich so nennen also so beschreiben hier gut dann nehmen wir diesen roots mal schieben schieben den vielleicht hier hoch ich würde den oben ankern jetzt in dem fall und auch das origin von dem button von dem button nach oben setzen also eins also auf eins und dann ein bisschen kleiner machen das ganze und vielleicht sollten wir auch insgesamt das fenster ein bisschen größer ziehen in dem fall ein bisschen mehr platz haben und die anderen beiden würde ich weg machen dann einfach das roots kopieren vielleicht sieht es besser aus wenn der roots fett gedruckt ist müssen wir mal ausprobieren ja also so würde ich es mal machen erstmal ihr könnt das individuell machen wie ihr euch das für richtig haltet ich mache das jetzt mal so ungefähr wie ich das jetzt denke also das wäre dann roots und jetzt dupliziere ich den einfach die werkstatt vielleicht workshop da kann man das fahrzeug dann aufrüsten was können wir noch machen dann machen wir einfach noch so ein optionenmenü oder sowas dazu also kopieren wir uns den nochmal duplizieren meine ich steuerung d ok ziehen wir uns das vielleicht in die mitte mal gucken wie es aussieht können wir erstmal so lassen ist jetzt nicht so super schick also zugegeben gut dann brauchen wir noch die inhalte also wir haben jetzt hier die button hier oben jetzt würde ich sagen machen wir uns ein panel das wird jetzt erstmal das roots panel das roots panel ist halt der inhalt jetzt von dem fenster jeweils vielleicht so ungefähr das können wir ja jetzt hier mal alpha 0 machen kann man vielleicht später noch ändern vielleicht kann man da noch ein extra bild machen ein rahmen oder so deswegen lassen wir es mal jetzt als panel gut und jetzt im nächsten können wir mal button dazu machen also UI button und das wären jetzt unsere level button erstmal level 1 text auch oder root 1 oder wir können es ja gleich so ein bisschen machen wir mal forest also so eine waldstrecke so dann dafür vielleicht ein anderes sprite noch nehmen vielleicht so was hier und natürlich der text kann auch wesentlich größer ne können wir auch fett machen vielleicht ja vielleicht auch randen mit outline gut und jetzt wollen wir das ein bisschen ordnen natürlich diese panels hier also diese button aber das brauchen wir nicht unbedingt per hand machen da können wir uns eine layout group einfügen in die roots panel und dann nehmen wir einfach hier die grid layout group jetzt wird der button schon da so oben angeordnet wie ihr seht wir können hier noch ein bisschen spacing dazu machen vielleicht vielleicht 10 auf 10 cell size können wir einstellen 200 mal 200 nehme ich jetzt mal oder 150 reicht naja ne machen wir mal 200 gut start corner ist upper left und wenn wir jetzt hier weitere hinzufügen dann Constraints is flexible also die werden jetzt einer so angeordnet wenn wir den jetzt duplizieren dann wird der halt gleich daneben angeordnet und nochmal 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 dann stellen wir uns von dem roots panel vielleicht dieses x ein bisschen ein so dass es das dann so ungefähr hinpasst für uns ich würde mal ein paar weg machen doch noch also ich habe jetzt 130 x 80 wenn das jetzt hier nicht ganz rüber ist dann ziehen wir das noch ein bisschen und würde sagen jetzt sieht das einigermaßen okay aus ich würde das jetzt einfach mal weiß lassen man müsste sich da jetzt mal überlegen was für eine farbe nimmt so richtig toll sieht das jetzt noch nicht aus das gebe ich ganz zu aber das prinzip darum geht es ja jetzt hier gut und jetzt haben wir halt dieses roots panel und im nächsten schritt käme dann die werkstatt die machen wir jetzt nicht und das hier sollte ja options sein das können wir noch schnell richtig machen also dann haben wir hier zunächst mal the roots und das wird dann quasi per knopfdruck soll das ganze dann den level starten und dann würde ich sagen machen wir es so dass wir das ganze mit einer progress bar machen also dass wir hier so eine progress bar anzeigen das heißt wir gehen hier auf main menu machen uns ein panel das panel nennen wir oder nennen wir das loading bar ja so dann können wir diese bar dieses loading bar panel vielleicht hier so drüber ziehen nehmen wir uns noch ein anderes bild dazu vielleicht so eins hier und dann nehme ich mal wieder nochmal die farbe hier und macht da auch ein outline dazu am besten die exposition auf null so also ich habe mir die loading bar jetzt hier so ein bisschen so zurecht gezogen am rand herum gemacht und da muss jetzt natürlich die eigentliche bar rein dann macht ihr euch einfach mal hier eine image ui image gut und da müssen wir jetzt hier ein sprite zuweisen ich habe hier schon so ein square 64 drin ich weiß nicht genau ob das bei euch drin ist ich glaube in den ordner von dem kurs material ist jetzt keins drin dann macht ihr euch einfach mit photoshop oder was ihr habt macht ihr euch so ein kleines kästchen und das wird jetzt dann unser ladebalken und jetzt müssen wir noch folgendes machen dass das so zunimmt da gibt es eine schöne möglichkeit und zwar gehen wir nochmal auf image und stellen das ganze hier nicht auf simple sondern auf filled und dann hier nicht auf 360 sondern auf horizontal und fill origin is left und dann kann man hier mit der änderung dieses werts kann man den balken so zunehmen oder abnehmen lassen und genau das nutzen wir also diesen wert ändern wir dann einfach per script und dann haben wir so eine anzeige jetzt würde ich das natürlich hier die farbe noch hier ändern ich würde mal sowas hier nehmen so orange gut ok gut also erstmal kann man das so lassen würde ich sagen jetzt machen wir uns ein skript für dieses main ui window und zwar gehen wir da noch in scripts sharp script main ui gut und dann würde ich jetzt als erstes mal wenn wir hier eine methode machen den level zu laden und die methode hat ein string als parameter der heißt dann level name den müssen wir halt dann von draußen festlegen gut dann machen wir uns hier oben noch ein paar felder dazu also serialize field und hier können wir uns ein array aus gameobjekten machen also gameobjekt array dann nenne ich jetzt einfach windows das sind die einzelnen fenster also unser root window dann das werkstatt window und das options window das wird also ein array mit diesem zu start level machen wir uns dann noch eine methode und zwar public void show window und dann int window number vielleicht so ja gut jetzt wollen wir das richtige fenster anzeigen dann machen wir uns hier einfach mal eine forschleife for tab tab dann hier kommt natürlich windows wir wollen durch windows iterieren also durch dieses array das muss natürlich groß sein das legt so jetzt sagen wir if window number gleich i dann windows i punkt set active to und ansonsten erz das i set active for also hier kriegen wir die nummer die das sein soll wenn das das ist dann wird es eingeschaltet ansonsten wird es ausgeschaltet einfache geschichte aber funktioniert so das können wir ja gleich mal ausprobieren die sache und zwar gehen wir mal in unity jetzt haben wir ja bis jetzt hier nur ein roots panel also dieses roots panel das erste das duplizieren wir einfach jetzt mal aus dem workshop panel können wir jetzt das erstmal hier rausschmeißen das brauchen wir da drin nicht klar aus dem options panel genau so wie gesagt da kümmern wir uns jetzt uns nicht so besonders drum das einzige was wir machen jetzt ist hier kurz ein text rein machen damit wir wissen welches das ist jetzt mache ich mal den kurz aus damit man da mal besser sieht was der sache ist und für das options panel habe ich jetzt das gleiche gemacht jetzt haben wir die drei panel halt hier übereinander ist klar ne 1 2 3 die werden dann halt per skript entsprechend hier geschaltet so wie sie gerade richtig sind und das load die loading bar genauso also das müssen wir jetzt dann im nächsten schritt machen das haben wir ja schon vorbereitet also wir gehen auf main menu window das generic window hier das können wir im grunde rausschmeißen also die move component und den close button den können wir eigentlich auch rausschmeißen weil den brauchen wir ja gar nicht eigentlich hier an der stelle ziehen wir auf das main window unser skript was wir gerade gemacht haben nämlich das main UI so und jetzt haben wir drei windows und die ordnen wir uns einfach zu Nummer eins ist Roots Panel Nummer zwei ist Workshop Panel und Nummer drei ist das Options Panel so jetzt haben wir das soweit zugeordnet jetzt müssen wir natürlich erstmal dafür sorgen dass das hier am Anfang gleich einmal aufgerufen wird nämlich mit am besten Show window 0 das heißt also der Root ist also standardmäßig jetzt da zu sehen am Anfang testen wir das mal so das sein zu funktionieren ich jetzt hier Workshop drücke oder Options passiert natürlich noch nichts weil die müssen wir noch zuweisen die Button das machen wir jetzt also das wäre der Roots Button der kriegt hier ein OnClick und das Main Window als Skript also Main UI hier in dem Fall so jetzt müssen wir start level jetzt müssen wir Show window und dann den entsprechenden Integer das ist hier 0 dann bei Workshop das gleiche plus Script reinziehen dann Main UI Show window aber jetzt ist es das Window 1 und dann bei Options nochmal das Ganze probieren wir das mal aus also Roots haben wir Workshop, Options, Roots es geht so ne gut und natürlich die Porkers Bar muss am Anfang ausgeblendet werden das können wir jetzt gleich noch machen also hier müssen wir uns jetzt natürlich noch Verweis machen auf die Porkers Bar also Civilized Field können wir dann nehmen Notwendig Game Object Loading Bar ich nenne das jetzt mal Panel damit wir das unterscheiden können und dann nochmal Serialized Field Image das wird dann unser Balken selbst also das ist dann Loading Bar und um das Image zu nutzen brauchen wir dann hier noch Unity Engine als Namensraum Unity Engine UI meine ich Loading Bar Panel Set Active Force da schalten wir das ganze Loading Bar Panel dann am Anfang hier einmal aus jetzt müssen wir das natürlich hier bei Start Level wieder einschalten wir uns ja kopieren einfach mal kurz hier gut und dann hatten wir jetzt hier schon unser Start Level Methode gemacht die wir dann von draußen mit dem Button natürlich aufrufen wir hatten das Loading Panel eingeschalten im nächsten Schritt würden wir jetzt dann das Laden einleiten und dazu machen wir uns hier eine Koroutine Scenes Async Scenes deshalb sind mehrere wir haben ja gesagt wir laden einmal die normale Game Scene und dann noch zusätzlich eine Management Scene die eben andere Gameobjekte enthält die dann in der Szene bleiben also dieses laden wir dann additiv das heißt also wir brauchen hier irgendwie eine Liste oder ein Array ich würde sagen wir machen mal eine Liste äh ein Array also hier sind die Async Operations die müssen wir jetzt übergeben dazu müssen wir hier die natürlich erstmal machen und zwar ist das dann Async Operations Array so und das sind dann zwei dann ist Async Operations 0 ist dann Scene Manager Punkt LoadSceneAsync so und jetzt brauchen wir den Namen nämlich den Level Name damit ihr den Scene Manager habt müsst ihr vorher hier doch Using Unity Engine Scene Management also den Namensraum angeben falls das nicht bei euch so ist so und dann im nächsten Schritt ist die zweite Async Operation ist dann Scene Manager LoadSceneAsync und jetzt kommt halt unsere ManagementScene Spiel ManagementScene ok und hier ist jetzt die Besonderheit wir laden Additive also der LoadScene Mode ist Additive ach so ich habe ich einen Schreibfehler drin Async Operation draus so und dann passt es so jetzt müssen wir natürlich das ganze noch aufrufen und zwar müssen wir jetzt hier das LoadSceneAsync aufrufen und dieses Array was wir uns hier gerade gemacht haben müssen wir dann übergeben natürlich gut soweit so jetzt kommen wir zum nächsten Schritt jetzt wollen wir die Szene asynchron laden also die beiden Szenen das heißt also erstmal müssen wir uns machen wir uns mal eine Variable für den Fortschritt um uns den zu merken Float Progress ist am Anfang natürlich 0 eigentlich 0f so als nächstes machen wir uns eine For Schleife also For Tab Tab und jetzt iterieren wir durch die Async Operations Punkt Lenk natürlich und jetzt ist einfach Progress Plus ist gleich Async Operations E Punkt Progress dann können wir hier den Balken zuweisen also dieses Fill amount was ich vorhin gezeigt hatte das heißt dann hier oben ist die Bar das hier Image Loading Bar das heißt also Loading Bar Punkt Fill amount ist gleich Progress durch die Anzahl der Szenen die wir jetzt laden wollen also Async Operations Punkt Lenkt gut und dann Yield Return ist eine Koroutine ne so bevor wir das jetzt ausprobieren können habe ich hier noch eine Kleinigkeit nicht beachtet das ist hier natürlich eine Koroutine das müssen wir auch als solche laden das heißt also hier Start Koroutine so jetzt können wir das Ganze in Unity mal testen gehen wir mal Unity und bevor wir das alles machen ich habe hier noch die Farben ein bisschen geändert ist nicht mehr weiß und jetzt gelb bevor wir das machen müssen wir in den Build Settings noch angeben welche Szenen wir jetzt haben zuerst die die anfangs geladen werden soll das wäre also unser Main Menu und dann ist es egal danach weil die rufen wir ja dann auf und im letzten Schritt müssen wir natürlich hier noch für den ersten Button jetzt zumindest mal bei OnClick die Methode zuweisen die richtige also MenuI und dann StartLevel und das ist dann im ersten Fall der Level 1 also der hier gibt es jetzt noch eine kleine Sache die ich gerade gesehen habe und zwar das passt hier noch nicht so ganz das macht noch nicht so viel Sinn solange das ganze natürlich nicht in einer Wallschleife ist also solange die Async Operations noch nicht fertig sind solange wird hier der Fortschritt angezeigt und der Balken entsprechend abgedatet gut und jetzt müsste das eigentlich soweit passen können wir mal austesten das ganze ich gehe mal in Unity zurück also ihr habt gesehen der Balken der ging jetzt hoch aber eben sehr sehr schnell ansonsten funktioniert das alles nach wie vor das Pausenmenü geht das Mainmenü zurück zum Mainmenü funktioniert noch nicht genauso wie Restart und Checkpoint das machen wir dann in der nächsten Folge also dann hat mich gefreut ich hoffe ihr lasst ein Like da vielleicht auch wenn ihr noch nicht abonniert habt würde ich mich über ein Abo freuen und dann bis zum nächsten Mal und ciao